Wie du nämlich deine Realität veränderst durch die Kraft deines Geistes. Es gibt keine Religion, keine Philosophie, die nicht genau auf diesem Gedanken basiert. Diese Worte bewirken Wunder. Hallo, ich bin Bodo Schäfer und heute lernst du, warum du mit Worten dein Leben verändern kannst. Wir wachen morgens auf, wir haben sofort viele Gedanken im Kopf. Und viele dieser Gedanken sind nun mal negativ, negativ. Und das löst Stress aus und es beeinflusst oftmals den ganzen Tag. Wir wissen ja, was wir denken, das wird Realität in unserem Leben. Einstein und andere große Wissenschaftler und Denker haben das ja bewiesen. Auf der kleinsten Ebene ist alles Information und Energie. Alles Feste, was wir sehen, Betten, Tisch, Haus, ist alles nur eine Illusion. Jeder Physiker weiß, alles besteht aus Information und Energie. Und ganz viel freiem Raum, der gefüllt ist mit Information und Energie. Darum ist es richtig, wenn die Weisen aller Zeiten gesagt haben, du erschaffst dir dein Schicksal mit deinen Gedanken. Das Problem ist, dass unsere Gedanken oft ungeordnet sind oder auch eben negativ. Und darum ist wichtig, dass wir lernen, dagegen zu steuern. Uns trainieren, bestimmte Gedanken zu haben. Positive, schaffende, liebevolle, machtvolle Gedanken. Ich stelle dir heute eine Technik vor, die ausnahmslos alle erfolgreichen Menschen benutzen, die ich kenne. Das ist die Technik der Affirmation. Du bekommst von mir eine Serie von Worten, von Sätzen, die dein Leben für immer verändern können. Wenn du diese Worte nutzt und wenn du sie immer wieder sagst. Am besten morgens und vielleicht noch einmal zusätzlich auf einem Spaziergang oder beim Sport. Du bekommst meine besten Affirmationen in einigen Tagen in einem eigenen Video. Denn es ist für dich so wichtig, dass du dieses Video sofort mit Affirmationen beginnst, ohne lange Erklärung. Deswegen mache ich die Erklärung jetzt hier in diesem Video. Auf der anderen Seite brauchen wir aber dieses Video auch, diese Erklärung, um dich auf die Affirmationen einzustimmen. Um dich zu überzeugen, dass diese Affirmationen dein Leben verändern können. Und dass sie dein Leben verändern werden, wenn du wirklich mit ihnen arbeitest. Mein Vorschlag, spreche diese Affirmationen 30 Tage lang. Mindestens einmal am Tag morgens. Und wenn du kannst, noch ein zweites Mal im Laufe des Tages. Sage diese Affirmationen laut und mit Überzeugung. Versuche dich so zu fühlen. Versuche das Gefühl in dir entstehen zu lassen, das diese Affirmation erzeugt. Lass uns heute darüber sprechen, warum Affirmationen funktionieren. Vielleicht bist du ja ein pragmatischer Typ und brauchst du diese Erklärung gar nicht. Du willst einfach nur anfangen. Vielleicht bist du aber auch wie ich und dann willst du erstmal alles erklärt bekommen. Wir haben eben gesagt, dass alles Energie und Information ist. Wir können auch sagen, unsere Gedanken sind feinstoffliche Energie. Wenn du bestimmte Gedanken hast, manifestiert sich diese Form von feinstofflicher Energie und sie wird Realität für dich. Du formst mit deinem Geist deine Realität. Viele Menschen denken es andersrum. Sie denken, dass unsere Realität, das was uns umgibt, uns dazu bringt, bestimmte Dinge zu denken. Aber wer so denkt, vertauscht die Reihenfolge. In Wahrheit schaffen unsere Gedanken alles um uns herum. Ich weiß, das ist brutal schwer zu glauben und es mutet auch esoterisch an. Und es gibt Menschen, die sagen, hey, wo sind denn jetzt die praktischen Tipps? Hey, wir sind mitten in dem wichtigsten praktischen Tipp, den ich dir geben kann. Wie du nämlich deine Realität veränderst durch die Kraft deines Geistes. Es gibt keine Religion, keine Philosophie, die nicht genau auf diesem Gedanken basiert. Nimm die Bibel, Johannes 1, Vers 1. Da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das heißt, nichts anderes als, dass das Wort schöpferische, göttliche Energie hat, Kraft hat. Und das eben alles mit Worten beginnt, in unserer Sprache mit Affirmation. Die Schlussfolgerung ist natürlich gewaltig. Das heißt nämlich, dass uns niemals irgendwelche Ressourcen fehlen. Es mangelt uns an nichts, denn wir können alles, was wir benötigen, in unser Leben ziehen. Das heißt, du musst einen ganz wichtigen Satz aus deinem System löschen. Drück auf Delete, auf Löschen, wenn du diesen Satz sagen möchtest. Immer wenn du diesen Satz sagen möchtest, das geht nicht. Drück auf Delete, löschen, löschen, löschen. Das geht nicht. Löschen, löschen, löschen. Dieser Satz hat noch einen ganz schlimmen Verwandten und der heißt dann, ich kann das nicht. Löschen, löschen. Das ist fast noch gefährlicher, weil das Wort Ich darin vorkommt. Ich kann das. Am wichtigsten sind die Sätze, die beginnen mit Ich bin. Ich bin. Damit drücken wir ja unsere Identität aus. Also Ich bin faul. Oh, ganz, ganz schlimme. Ist auch eine Affirmation, aber eine negative. Und davon sind die stärksten wiederum die Ich bin-Sätze. Ich bin. Also sage niemals, ich bin zu dumm. Ich bin zu faul. Sondern ich bin in der Lage, alles zu lernen. Ich bin in der Lage, die Motivation zu finden. Wahrscheinlich hast du schon von dem Gesetz der Anziehung gehört. Ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der nicht an das Gesetz der Anziehung glaubt. Aber in der Konsequenz ist es gar nicht so leicht zu akzeptieren, was dieses Gesetz bedeutet. Das heißt nämlich, wir ziehen immer das in unser Leben, was dem entspricht, was wir glauben und was wir erwarten. Mit anderen Worten, das, was wir über uns glauben, das wird wahr. Das, was wir über die Menge an Geld glauben, die wir in unserem Leben haben sollten, diese Menge an Geld, diese Menge ziehen wir an. Wir ziehen den Partner an, von dem wir glauben, dass wir ihn verdienen. Was ist die Alternative? Die Alternative wäre, dass wir an äußere Umstände glauben. Dann wären wir von Zufällen und von anderen abhängig. Dann hätten wir ja in der letzten Konsequenz keine Macht. Wir könnten nur hoffen, dass sich etwas verändert. Und die Wahrheit ist, du würdest endlos warten. Wenn du einfach darauf hoffst, dass die äußeren Umstände sich verändern, damit du glücklich und erfolgreich sein kannst, damit sich die Dinge ändern, musst du dich ändern. Muss ich mich ändern? Und wer bist du? Du bist die Summe deiner Gedanken. Deine Gedanken äußern sich in deinem Sein und in deinen Taten. Ändere deine Gedanken und du änderst dein ganzes Leben. Wenn du deine inneren Umstände änderst, änderst du auch automatisch nach und nach deine äußere Welt. Wir müssen jetzt noch über ein ganz wichtiges weiteres Feld sprechen und das sind unsere Gefühle. Denn letztendlich bestimmen ja unsere Gefühle, was wir tun. Fühlen wir uns schlecht, tun wir vielleicht gar nichts oder nicht das Richtige. Fühlen wir uns gut, können wir über uns hinauswachsen. Wir müssen verstehen, jeder Gedanke hat eine bestimmte Schwingung. Und diese Schwingung drückt sich durch Gefühle aus. Am Anfang steht also der Gedanke und der erzeugt ein Gefühl. Das heißt, wir können auch durch unsere Gedanken unsere Gefühle verändern. Wir haben eben gesagt, dass deine Gedanken bestimmte Schwingungen erzeugen. Und diese Schwingung zieht alles an, was dieselbe Schwingung hat. Deswegen zieht Negatives Negatives an und deswegen zieht Positives Positives an. Ich sage immer dazu, Enten ziehen Enten an und Adler ziehen Adler an. Du weißt jetzt warum. Weil Enten auf derselben Frequenz durchs Leben watscheln. Und Adler fliegen eben auch auf einer anderen, aber derselben Frequenz. Darin ist übrigens keine Wertung. Die Schwingung wertet ja nicht. Sondern eine Schwingung zieht eben nur das an, was auf der gleichen Frequenz schwingt. Du kannst darum nicht denken, dass Geld schlecht ist und gleichzeitig Geld haben wollen. Du musst dafür sorgen, dass du selbst die Energie bist, die du in dein Leben ziehen möchtest. Und das kannst du durch Affirmationen erreichen. Indem du bestimmte Affirmationen sprichst, erzeugst du die Schwingung, von der du mehr in deinem Leben haben möchtest. Mehr Selbstsicherheit. Mehr Liebe. Mehr Glück. Mehr Geld. Mehr Erfüllung. Mehr Freude. Lass dich auch nicht von Problemen von deiner Routine abbringen, jeden Morgen bestimmte Affirmationen zu sprechen, die wir in einem der nächsten Videos miteinander besprechen werden. Deine Probleme sind nichts anderes als ein Raum für Wachstum, für dein Wachstum. Und durch Affirmationen kannst du auch die Lösung für Probleme anziehen, die du suchst. Vielleicht hast du schon von der selbsterfüllenden Prophezeiung gehört, der Sepp, selbsterfüllende Prophezeiung. Eine selbsterfüllende Prophezeiung sagt im Grunde genommen genau das aus, was wir eben besprochen haben. Gedanken bewahrheiten sich. Sie werden schlicht und einfach Realität. Bitte bedenke, dass Affirmationen am kraftvollsten sind, wenn sie so stark wie möglich von dir gefühlt werden oder sogar visualisiert werden. Das ist am Anfang sehr schwierig. Wenn es dir also anfangs nicht gelingt, dann sprech einfach die Affirmationen weiter. Sprich sie einfach. Aber bemühe dich dabei, immer mehr auch das Gefühl entstehen zu lassen. Ein positives Gefühl, während du eine bestimmte Affirmation sprichst. Mir hilft es sehr, dass ich dabei bestimmte Handbewegungen mache und eine bestimmte Mimik nutze. Denn Emotion, Gefühl, kommt von Motion. Wenn ich also bestimmte Bewegungen mache, kann ich ein bestimmtes Gefühl leichter erzeugen. Und andersrum erzeugen natürlich unsere Emotionen auch eine bestimmte Handlung. Sie lassen uns auf bestimmte Weise handeln. Die meisten Menschen sind sich kaum bewusst darüber, was sie den ganzen Tag über denken und sagen. Und in der Folge fühlen sie sich dann als Opfer. Also sie fühlen sich dem Leben ziemlich hilflos ausgeliefert. Wenn wir Macht über unser Leben haben wollen, müssen wir mit unserem Geist anfangen. Wir müssen uns trainieren, die Gedanken zu denken, die das Leben schaffen, das wir haben wollen. Wir erhalten immer das, wonach wir bereit sind zu fragen. Aber nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und wir fragen am besten, indem wir Affirmationen sprechen. Denn Affirmationen sind Wünsche. Wir bitten um etwas, wir fragen nach etwas, aber wir tun das als Affirmation. Das ist der Trick. Wir sagen also, ich bin. Und dadurch ziehen wir das viel stärker an, als wenn wir sagen würden, ich hätte gerne oder es wäre doch ganz cool, wenn. Vielleicht denkst du ja immer noch, dass nur harte und klare Strategien dein Leben verändern können. Aber du musst wissen, dass du Strategien mit dem Kopf umsetzt. Dein Unterbewusstsein ist unendlich viel älter und viele, viele, tausendmal stärker als deine Ratio, als dein modernes Gehirn. Was du mit deinem Kopf erschaffen kannst, das siehst du jetzt in deinem Leben. Du musst dich ja nur umgucken. Wie gut ist dein Leben? Lerne, auf die viel größere Intelligenz in dir zu vertrauen. Aktiviere deine wirkliche Schöpferkraft. Dann verändert sich dein Leben. Vieles wird dann auch mit Leichtigkeit anstatt mit Anstrengung von dir erschaffen werden. Geradezu unbewusst. Ich weiß es schwer zu glauben. Ich habe aber eine Bitte an dich. Arbeite mit den Affirmationen, die du dann bekommen wirst, mindestens 30 Tage lang. Und triff dann deine Entscheidung. Wenn du dann sagst, hey, Bodo Schäfer, das ist Quatsch, was du hier sagst. Und im Übrigen, was alle Weisen und Erfolgreichen der Welt sagen, ist für mich auch Quatsch. Gut. Aber vielleicht ist es ja auch der Schlüssel für deinen Erfolg. Und du wirst überrascht sein, was passiert, wenn du das wirklich 30 Tage durchziehst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter. Und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst. Und wir machen es zusammen, dass du deine Träume lebst.